Ich hab Realtalk so Angst wie vor dem ersten Mal. Boah, was ein Psychopath! Seid ihr bereit für Let's Play Wii Sports Resort? Warum hat das jetzt am Ende nicht mehr gezählt? Eigentlich haben wir 1500 Punkte. So ein Betrug, ey. Da gibt's eine Anzeige hinter, nur, aber das seid ihr ja gewohnt. Vergewissere dich, dass in deiner Umgebung keine Personen oder Objekte stehen. Ich hab keine Freunde, also alles gut. Please, Bro. Mein Körper schreit schon wieder nach körperlicher Aktivität. Warum sind die anderen denn vor mir? Oder? War da nicht gerade jemand? Ich seh ihn nicht mehr. Vielleicht hab ich's mir auch eingebildet. Ach, das waren Enten. Ich dachte, das wär ein Mitkonkurrent. Deckt da! Mann, geht weg! What the... Ey! What? What? No way! Was ist das für ein Betrug? Und dann krieg ich da noch nicht mal eine Rückblende? Ja, wahrscheinlich, weil sie wissen, dass ich dann anzeigen kann. Ich hab Realtalk so Angst wie vor erstemal. Kein Wunder, erstemal war auch scheiße. Einlochen muss auch geübt sein. Warte, ich will jetzt wissen, ob ich da auch reinfliegen kann. So oft ganz geisteskrank. Lol, was? Kann ich halt wirklich? Und die Lava ist gar nicht mal schlecht? Kann man eine Acht geben? Wow, warum steht da mein Name? Meine Lieblingsstraße wäre damit gefunden. Die Dommistraße. Ja, eine Neukalibrierung später. Hoffe ich mir bessere Ergebnisse. Ist das möglich? Nee. Unterseekabelinspektion. Auch wenn es öde ist, man darf hier nicht unaufmerksam sein. Unterseekabel. Ich dachte, die betreiben alles per Windrad und Solarenergie. War das etwa gelogen? Nur fürs Image. Domtendo deckt auf. Morgen in der Bild-Zeitung. Wii Sports, Resort, grünes Image, nichts dahinter. Oh ja, okay. Man sieht eindeutig, dass sich hier einiges getan hat in Sachen Beleuchtung. Das wird aber mit Sicherheit nicht nur durch die Windenergie erreicht, sondern durch die Unterseekabel. Das Haus ist aber wirklich klein. Aber hey, ich will mich mal nicht beschweren. Wobei, da sind meine Kinder, von denen ich nichts weiß. Und auch nichts wissen will, kann man... Das Haus von Gommi. Noch ohne Strom und Wasser. Was? Betrug. Am Anfang ist es wohl noch recht easy, aber ist auch nicht wichtig. Ich werde es euch immer wieder sagen, wenn es wichtig wird. What? Was ist denn jetzt passiert? Von wegen, es wird einfach. Am Anfang ist es wohl noch recht easy. Digga, ich bin einfach schon bei Stage 2 Game Over gegangen. What? Ich lasse mich nicht nochmal verarschen von euch. Ist das angekommen? Das ist Betrug. Das ist absoluter Betrug. Yoshi. Du hast dich verändert, Bruder. Du hast dich verändert. Alle sagen das. Wir drehen uns im Kreis und machen dann einen anschließenden Sitzkreis, um unsere geistigen Probleme zu besprechen. Da bin ich derjenige, der eine Stunde redet. Wow, was ein Psychopath. Willst du es wirklich durchziehen? Ich sage, wir schaffen es innerhalb der nächsten 10 Minuten. Nee. Das war es wie gesagt auch definitiv mit diesem LP. Ist schon ein krasses Spiel.